In zwölf Stunden fliegen wir nach Verona und du hast noch nicht gepackt. Mach die Augen zu, Augen zu. Ist gut, oder? Ja. Verona, Italien, wo Romeo seine Julia fand. Oh, Sophia! Warum denn du, Sophia? Es gibt einen Ort, an dem die unglücklich verliebten Briefe hinterlegen, in denen sie Julia um Hilfe bitten. Dort fand ich einen Brief, der mein Leben für immer verändern sollte. Ich ging nicht zu Lorenzo. Ich hatte versprochen, ihn zu treffen, um mit ihm durchzubrennen. Bitte, Julia, sag mir, was ich tun soll. Er ist von 1957. Ich muss ihr antworten. Wer von Ihnen hat diesen Brief an meine Großmutter geschrieben? Das war ich. Sie sind also hier, um Ihren Lorenzo zu suchen. Darf ich Sie begleiten? Uns begleiten? Ja, aber natürlich. Wir suchen einen Lorenzo Bartolini. Ich bin Lorenzo Bartolini. Sono io, Lorenzo. Sono io, Lorenzo. Ich bin Lorenzo Bartolini. Nehmt ihn, nehmt ihn mit! Das ist hoffnungslos. Ich brauche noch Zeit mit ihr. Es geht gerade nicht. Ich bin ziemlich beschäftigt. Fühlt dein Verlobter sich nicht langsam etwas einsam? Er merkt ja nicht mal, dass ich weg bin. Glaubst du, es gibt noch diesen Lorenzo? Ja. Oh mein Gott. Wie viele Sophias gibt es auf diesem Planeten? Warte nicht 50 Jahre, wenn du sie gefunden hast. Es ist ein love story, baby. Just say yes. Das ist es ein leaveu. Ich bin. Tschüss. Vielen Dank.